Dieser Film ist ein Experiment. Ca. 100 Mitarbeiter von Leonard Weiss nahmen daran teil. Sie sollten offen und ehrlich auf Fragen antworten. Um etwas herauszufinden. Wer wir sind. Unter uns gibt es Männer und Frauen. Große und Kleine. Solche die drinnen und solche die vor allem draußen arbeiten. Aber was verbindet uns? Manche sind noch nicht sehr lange bei uns, andere dagegen sehr lange. Manche von uns waren als Kind sehr schüchtern. Einige von uns sprechen heute gerne vor Menschen. Obwohl viele keinen Witz erzählen können. Lachen eigentlich alle ganz gerne. Manch einer wurde aber auch schon mal ausgelacht und hat hier erlebt, was es heißt, gefördert zu werden. Viele von uns tanzen nicht so gerne. Andere schon. Zuzugeben, etwas nicht zu können, sehen wir als eine Stärke. Sex im Flugzeug? Hat er noch keiner von uns? Viele von uns sind Mama oder Papa. Und vielleicht hat genau deshalb das Wort Familie so eine große Bedeutung für uns. Verlust gehört dazu. Dafür aber auch Trost zu finden. Nicht zuletzt bei Kollegen. Ist es überraschend, wenn Kollegen dann auch zu Freunden werden? Denn uns verbindet eine ganz bestimmte Freude. So sieht's aus. Das sind wir. Denn wir sind Leonard Weiss aus Freude am Bauen. Ich glaube, es tut mir auch nicht zufrieden, wenn man ihn nicht zufrieden. Das ist heute für mich. In der Nähe von ihr. Aber mit mir leben. Denn wir sind nicht so früh. Aber mit mir leben. Das ist heute für mich. Vielen Dank.